Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Vimaron und heute spielen wir mal Can Dino oder Can Dino? Irgendwie sowas. So, drücken wir direkt auf Play. Ich werde mal die extrem komplexe Steuerung eben kurz erklären. Wir haben vier Pfeiltasten, die da wären links, oben, rechts und unten. Und mit denen können wir unseren kleinen Dino-Freund hier bewegen. Das Ganze ist mir ein bisschen zu rosa aufgebaut, muss ich sagen. Oh, ich bin mir sogar hochrüpfen. Wow. Level 1 habe ich schon durchgespielt, das war quasi ein Tutorial-Level. Deswegen steht da oben rechts auch Level 2 von 11. Was sind das für Dinger hier? Komm Dino, schieb sie hoch. Nein, nicht zurück. Komm, egal. Anscheinend können wir diese Candys hier einsammeln. Und seine Münze ist immer das Ende des Ziels. Well done. Dann sind wir schon Level 3 von 11. Perfekt. Ähm. Das ist ziemlich schwer zu steuern, ganz ehrlich, weil der irgendwie so einen Gegenschwung braucht, damit er anhält. Ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht abgestürzt. Ich weiß nicht, ob man schwimmen kann. Ich vermute mal nicht. Oh, oh, oh. Den da oben kriege ich jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob man die einsammeln muss. Ich vermute mal, nee. Oh. Alles klar, damit ist die Frage erledigt. Wir können nicht schwimmen. Super. Also nochmal. Und jetzt kriegen wir vielleicht auch den Charon. Ah, gut. Du kannst erstmal ins Wasser. Und. Und. So, ins Wasser mit euch. Du auch. Der will auch nicht so richtig anhalten, der Dino. Boah. Das läuft ja gut. So, jetzt aber. Durchrushen. 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 So, bitte. Die Musik geht auch so ein bisschen auf den Sack. Hilfe, also. Man kann sich gar nicht richtig drauf laufen auf den Dingern. Oh. Oh, Candies. Für den grünen-roten Dino. Man, die Farb war alles echt außergewöhnlich hier. Das sind die. Auch Candies, denke ich mal. Oh. Level 3 geschafft. Well done. Es läuft. Lalalala. Lalalala. Oh, es sind bestimmt Dinger, die runterfallen. Ja. Ah, schnell durch da. Oh. Boah. Nein. Hey, da konnte ich springen. Hey, ich hab auch springen gedrückt. Was soll das? Was mach ich da? Oh, Gott. So, jetzt. Komm. Komm. Oh, oh. Spring nicht. Dieser Dino will nicht springen. Hey, ich verstehe das nicht. Drück auf. Ja, jetzt springst du, ne? Ja, klar. Spring. 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 Mann. Äh, sp... So. Spring. Spring. Spring, spring. Oh. Spring. Spring. Spring, spring, spring. Oh. Spring, spring. Da ist er schon wieder nicht gesprungen, ne? Glück gehabt doch. Mann, Mann. Komm, Ende. Gut. Boah. Der Schwierigkeitsgrad zieht aber ganz schön an, doch. Weiß ich nicht, wie wir Level 11 erreichen wollen. So. Komm, klar. Sammle ich die komischen Glitzer. Er springt schon wieder nicht. Das gibt... Oh. Secret. Ah, hier können wir wieder hoch. Okay. Ah, wir müssen da, glaube ich, runter, oder? Dann hier lang? Wow. Wie eine Abkürzung gebaut. Oh, jetzt kann ich da aber nicht so leicht. Und doch. Es... Komm. Komm, schwenk. Ende, bitte. Ende, Ende, Ende. Boah. In einem Rutsch geht das hier. Well done. So. Der Tipp, der auch so ein bisschen lang wird, Dino, ne? Ich glaube, ich nehme Tipsy. Tipsy ist ein schöner Name für ein Dino. Warum sind da... Menschen? Oh. Böse Menschen. Ähm. Okay. Da tippt sie eigentlich keine Waffe? Ne. Steuerung ist nur die Pfeiltaste. Aha. Aha. Überspring. Boah. Nicht noch einer. Ja, und jetzt? Reht der um, oder? Fällt der runter? Oh. Und rüber dann ein Rutsch weiter. Rüber und ein Rutsch. Oh. Es läuft. Es läuft. Durch da. Durch. 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 Sind das Eis hier, oder? Die Steuerung ist sowieso schon total komisch hier. Well done. Yes. Next. So, ich glaube, hier müssen wir runterfallen. Alles klar. Scheiß mal auf die komischen Diamanten. Nicht schon wieder so einer. Oh, 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 oh. Tipsy, du musst auch richtig springen, komm. Tipsy. Los. Okay, 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 runter hier. Das gibt's nicht. Die sind einfach zu nah aneinander, die komischen Dinger. So, jetzt läuft's aber. Jetzt mal hier Skill auspacken. Beweisen, dass wir's können. Komm. Komm, 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 komm. Der ist der. Oh. Tipsy. Komm. Jetzt. Durch da. Durch da. Neuer Versuch. Neuer Anlauf. Eine Runde. Neues Glück. Yo, Tipsy. Genau so will ich's haben. Spring. Aber jetzt springt er wenigstens mal. Und springt er schon wieder nicht. Oh, was war. Oh. Was war das? Ich hab' ich das gemacht. Hä? Hä? Das will ich nochmal machen. Oder? Nimmst er rüber. Ey, komm schon. Boah. Das war schon wieder so'n Ruhersprung, oder? Wie? Wie macht er das? Komisch. Was ist da durch? Ja, komm, Attacke. Da haben wir hier 1050 Millionen Punkte abgesahnt. Oh, ich dachte schon, das fällt wieder runter. Ähm, geht's da rechts runter, oder? Guck' erstmal hier oben. Ich hoffe, hier geht's um... Ja, da ist der Ausgang. Good work. Well done. Level 8 von 11. Also, die letzten 4 Level sind das jetzt hier. 2 Drittel des Games haben wir schon in Doris. Und es läuft eigentlich noch ganz gut. Ein paar Mal jetzt schon verreckte Pipsi, aber... Kein Wunder, weil sie sind grünen, roten Dino, der nicht schwimmen kann. Kein Wunder, dass die ausgestorben sind, wenn die schon bei so Menschen verrecken. Und bei so einer scheiß rosa Welt würde ich auch lieber sterben. Bei so einer scheiß Mucke auch. Und es ist ja auch irgendwie nicht so eine schöne Lebensaufgabe den ganzen Tag. Ohne Diamanten einzusammeln und nicht springen zu können. So, jetzt war ich richtig. Und die ganze Zeit den komischen Blöcken ausweichen. Übersprung. Also... Ne, die noch früher so gelebt haben, ne? Dann... Kann ich echt verstehen, warum die abkratzen wollten. Komm. Und jetzt. Der große... Und jetzt. Yes. Und langer Sprung. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Oh, spreng. Oh, Mann, da sind wir wie die Pros durchgelaufen durch Rushen wieder. Mann, da sind tausend Punkte abgesahnt. Kann sein, dass der ein bisschen roter ist als die anderen Menschen? Der sah ein bisschen rot angefärbt aus. Aber ich freue mich über jede Farbe, die anders ist als rosa in diesem Spiel. Äh, scheiß an ihm auch die Diamanten nicht. Die brauchen wir eh nicht. Oh, ich dachte, das ist der Kratzer. Tipsy, komm, du schaffst es. Wir schaffen es. Tipsy. Oh, oh, grün. Ich wette, dahinter wäre das viel gewesen. Scheiß, auch viel Zucker standen. Tipsy, friss nicht so viel, sonst kannst du noch weniger springen. Ey, Leute. Komm. Komm, komm, komm. Tipsy. Meine, wenn ihr wüsstet, wie die Steuerung hier ist, ne? Das gibt's nicht. Der hält auch einfach nicht an. Wenn der jetzt aufhört zu laufen, er läuft noch ein paar Schritte weiter. Aufhören. Mann, ist... Ich komme hier, die da unten. Äh, ich will da gar nicht rankommen. Ah, ich muss hier nach unten drücken, auf diesen Stein da auf dem... Wie ist denn da noch egal? Oh, Mann. Tipsy. Tipsy. Hier drauf. Gut, und spring. Yes. Ey, es wird immer bunter hier, ne? So, der will zählen von den letzten zwei Levels. Komm, Tipsy.